Hi ihr Lieben, Amin Zadeh hier. Ich bin gerade beim Ulmer Münster und eine von den Kirchenfenstern in dem obere Bereich ist die siebener jüdische Kerzenständer zu sehen. Das macht mich glücklich, wenn ich sowas sehe. Heute haben wir auch die vierte Advent. Happy Chanucha, mein Lieben, der jüdische Lichtfest. Und es gibt auch mehrere Fenster, was man hier sieht, in Ulmer Münster. Und einer von den Fenstern ist hier oben das jüdische Kerzenständer zu sehen. Bleibt gesund ihr Lieben, euer Amin Zadeh. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.